das gleiche spiel wie immer wäre auch interessant gewesen wenn tatsächlich mal irgendwie ja wenn jetzt was anderes gekommen wäre aber es zieht sich weiter durch mit den im farbwechsel ansehen ich mich vorher auch immer es ansehen über alle jetzt bestätigen wir das robben zum oben genannten dat von uns untersucht wurde und er ab dem 9 januar wieder zur schule oder arbeit gehen kann hoffentlich ist unser kind nicht schwer krank oder so gut wir sind wieder aus und dann wird sich zeigen was wir brauchen okay ja ich muss erstmal dahin weil wir weiß haben ich muss einfach noch ich weiß geben er hätte denn gerne gerne weiß ich bin mir nicht sicher ich weiß nicht so gucken ob das jetzt richtig ist oder nicht die musik ist einfach so gut genau falsch gemacht auch geht es schon wieder los hier könnte sein dass ich theoretisch da rankommen ja ich komme da dran Hm? Hilft mir dann aber nicht weiter. Aber ich komme ja auch von da da dran. Ich überlege. Ich weiß genau, das war ich hier wie eben. Das ist so scheiße. Ich will da durch, bitte. Ich bin mir halt echt unsicher. Hm? Nee, ich habe jetzt wieder nur weiß. Hm. Was können wir da durchmachen? Das geht leider nicht. Ich weiß. Das ist immer noch weiß. Scheiße. Hilfe. Kann ich nichts durchmachen? Ach, ich weiß. Ich kann das ja auch vorher. Okay. Ich muss den vorher umfärben. Den da hinten. Du. So, das machen wir auf jeden Fall schon mal. Aber jetzt ist die Frage, kommen wir jetzt so durch? Ja. Ja. Sieht gut aus. Hallo. Ne. Nochmal runter möchte ich da eigentlich nicht. Grün. Jetzt habe ich grün. Jetzt habe ich grün. Eine neue Farbe. Na, was mache ich damit? Nee, gib mir grün wieder. Wird ich ja wohl. Irgendwas anderes brauchen. Ja, klar, weil jetzt sind natürlich rot und weiß beide gesperrt. Cool. Ich mag grün. Ach, jetzt ist grün aber weg. Schade. Habe ich nur gebraucht, um die anderen zu neutralisieren. Obwohl. Nee. Oh. Okay. Jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter. Mit grün noch dabei. Mhm. Grün. Dann geht grün mal hier raus. Jetzt habe ich da grün. Okay. Schön da hin. Jo. Oh nein, vielleicht hätte ich mir vorher auch was ansehen können. Und ich habe es nicht gedacht. Das Lotto. Sehr geehrte Eltern, Sie erhalten diesen Briefen, um mir zu teilen, dass Robins Anwesenheit im Schulunterricht, Schulunterricht, was ist denn heute los? Anlass zur Sorge gibt, da sie auf 62% abgesunken ist. Infolgedessen hat Robin einen erheblichen Teil des Unterrichtsstoffes versäumt. Eine regelmäßige Anwesenheit ist unabdingbar, da nur so ein Lernerfolg eintreten kann. Darüber hinaus ist Ihnen sicher bewusst, dass ein Schulbesuch gesetzlich vorgeschrieben ist. Nur durch eine regelmäßige Anteilnahme am Unterricht können Schülern die vorgesehenen Lehrinhalte vermittelt werden. Ich werde Robins Anteilnahme überwachen und freue mich auf jedwede Verbesserung. Sollte ein Schulbesuch aus Krankheitsgründen nicht möglich sein, bitten wir um Überlassung der jeweiligen Atteste und Krankmeldungen. Sofern es das Problem, Robins beim alltäglichen Schulbesuch gekommen sein sollte, von denen wir nichts wissen, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass auch ein Gespräch mit den Lehrern hilfreich sein kann, um gemeinsam zu einer Lösung zu finden. Okay, irgendwas ist auf jeden Fall da nicht in Ordnung. Ist er krank? Krankenhausabrechnung. 2.921 Dollar. Hmm, Current Charges. Kann man da irgendwie was rauslesen? Da muss ich... Äh, nicht so richtig. Ach, das ist nicht so gut. Ich würde mir gerne das links angucken, aber das ist nur dieses eine Schreiben, ne? Ja, das ist nur das, ähm, dass er wieder an der Schule teilnehmen kann. Ach man, ich will nicht, dass mein Kind krank ist. Was? Oh Gott. Ohaah. Ohaah. Shit. Das heißt... Ich muss... Ich glaube, das heißt, ich muss da hinten weiße machen. Wie mache ich das? Hm. Hm. Wie mache ich das? Hm. Mist. Ich habe immer einen Fehler gemacht. Hm. Jetzt müssen wir nochmal anders machen kurz. Grün. Grün. Da hin. Möglicherweise. So. Ja, jetzt ist da hinten weiß. Jetzt müsste es eigentlich klappen. Ohaah. Jawohl. Oh nö. Das ist so gemeint, wenn man denkt, wenn man es geschafft hat, dann steht man doch wieder vor so einem blöden Farbenfeld. Das heißt, da muss dann... Orange. Rot. Rot. Rotorange hin. Na gut, also nochmal alles rückwärts. Hier muss rot-orange hin. Ach nee. Ah. Doch. Das müsste eigentlich gehen. Doch, das geht. Kann ich da jetzt nämlich weiß hin tauschen. Das geht. Yes. Aber es sind noch mehr Stufen als beim letzten Mal. Ach. Das sind Bilder. Fotograf ist aber echt schlecht gewesen hier. Alles so verschwommen. Oh. Ach man ey. Weil erstmal... Man ist immer erstmal so erschlagen von so einem ganzen Rätsel. Ich brauche... Ich muss grün in der Hand halten, um da durchzukommen. Ist hier irgendwo grün. Was leuchtet da? So grün? Ah ja. Da ist grün. Okay. Okay. Was kann ich hier durchsehen? Den orangefarbenen. Da muss grün hin. Wie habe ich das genau gemacht? Da muss grün hin. So. Ja, keine Ahnung. Orange. Erstmal da. Grün. Und das war's schon wieder. Dafür muss ich... Vielleicht muss ich den von oben dann rot machen. Gehen wir mal hoch. Gehen wir mal hoch. Hallo. Das ist der. Okay. Das ist aber nicht... Doch, das ist der. Das heißt, aber ich muss mir erst rot beschaffen. Ich könnte rot da hinpacken, an die Seite und dann hoch holen. 2. Ich glaube, das macht tatsächlich Sinn. Äh. Ach komm ich von da? Ja. Also nehmen wir rot. Zackenrot da hin. Weiß. Da kann man alles hier nur Schritt für Schritt machen. Oh nein, bitte nicht da reinfallen. So, bitteschön. Ähm. Ah ne. Quatsch. Ich bin doof. Da muss gar kein rot hin. Sondern da darf rot auf gar keinen Fall hin. Muss rot in der... Oh Gott. Ähm. Wenn ich jetzt grün nehme, dann ist das wieder zu oder was? Moment. Wenn ich da oben rot hinschieße und mit dann wieder grün nehme, dann komme ich da durch und kann dann doch... Ich sag doch, ich muss da oben rot hin machen. Muss ich. Der Spiel verdreht einem total das Hirn. So. Jetzt brauche ich wieder grün. Bitte, mach das grün da hin. Ja, mach es bitte da hin. Kannst du noch freuen? Ja. Bisschen kompliziert. Äh. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich das gemacht habe, weil ich muss das Grün von hier nehmen. Hilfe. Und jetzt tauschen. Und tauschen. Halt. Nein. Ich brauche grün wieder zurück. Ich brauche grün wieder zurück. Oder wir müssen... Wir müssen auf die andere Seite. Und dann da auch grün hin machen. Ja, wir müssen da grün hin machen. Ja, klar, dass es nicht so einfach ist. Okay. Wie komme ich denn jetzt da durch? Achso. Nee, aber ernsthaft. Wie komme ich da durch? Mit grün. Ja, ich muss grün da hinpacken. Ähm. Weil ist es nicht so, wenn ich jetzt wieder grün nehme, dass das dann wieder zu ist? Doch, das ist dann wieder zu. Was soll ich denn von der anderen Seite an grün rankommen? Oder geht das da durch? Geht das da durch? Äh. So, ja, klar, natürlich geht es gerade nicht, weil ich keine andere Farbe habe. So, geht es so? So geht das hier. Sehr, sehr gut. Grün. Da. Okay, jetzt brauche ich noch mal grün. Das heißt, du musst wieder da rein. Da hin. So. Ah, das ist so schön, wenn das funktioniert. Cool. Cool.